Der liegt genau rechts in der Ecke Da steht schon einer Stark Ich schmeiß den Köder lohnt der hinten rechts Ich seh hier jetzt keinen mehr, unten Da muss nur einer sein oder denkst du nicht Ja, aber der wird vielleicht draußen da Der wird draußen geschossen Jetzt spielen alle diese scheiß Baseball Schläger, alter Ey hier war grad eine HF Richtung Südosten Vielleicht zünd die Jungs mal an, ja Achso warte mal, ich will noch looten Ich nehm noch auf Ich guck mal Ja okay Wir sind Richtung Nord-Osten und Osten Ja Ein Spieler, ja Ich glaub Ich weiß nicht ob das jetzt nur ein Team war oder zwei Team Ich guck nochmal Hier ist nur einer, hier oben Da Achso ja Das war schalte der Mail von denen Äh, unser Team kriegt direkt nen Headshot, Alter Äh, da steht ja immer noch Guck mal die pushen die anderen jetzt vor, von rechts Nee, ja das ist, da sind mehrere Teams drin, ja Und einer ist noch Richtung Nord-Osten Headshot Headshot Habe ich Einer ist noch bei dir Und einer ist noch rechts neben dir, auch drinnen Sehr schön Und einer ist noch hier hinten Ja Warte ich guck nochmal Ne zwei sind da sogar Der eine steht direkt hier hinten dran Ja Hit Muss nachladen Der eine kommt vor Ich schmeiß so ne Splitter rein, hinten Boah Ich muss kurz nachladen Äh, der hat den wieder gehoben, ja Shit, der Nekro Soll ich versuchen den zu Necronen oder denkst du lieber Ja, er wird dann safe geholt, also einer steht da halt so im Gang dran Ah ok Okay Da ist dann hinten ne Köderlunte rein Einer hat zwei Hits Ich glaub der ist schon Schön Watt und der steht genug vor dir Oh stark, stark Hit Ja Gut, der ist Thomas hinten rein Ja mach einfach hoch Geh einfach weg Geh einfach weg Stopp